Liebe Bürgerinnen und Bürger, Politik beginnt mit Zuhörern. Ich will Politik für Sie machen und deswegen möchte ich wissen, was ist nötig, was muss sich ändern für ein gutes Leben? Dann können wir ganz konkret Verbesserungen erreichen. Deshalb stellt die Bundesregierung die Frage, was Ihnen im Leben wichtig ist. Ist es Zeit für die Familie, eine gute Kita, eine gute Betreuung für pflegebedürftige Angehörige oder der Verein, in dem Sie aktiv sind? Ich lade Sie ein, sich einzumischen, offline oder online und beim Bürgerdialog Gut Leben in Deutschland mitzumachen. Sagen Sie mir und den anderen Mitgliedern der Bundesregierung, was für Sie ein gutes Leben in Deutschland ausmacht.